Du hast doch, Tom, gestern die Bändchen geschenkt, die kleinen Bänder. Kaulitz 1 und Kaulitz 2. Kaulitz 1 und Kaulitz 2. Und wie lange waren die dran, die Bänder? 14 Tage, die ersten 14 Tage. Ich dachte sogar, die hatten Bill und Tom Bänder. Du bist erst geboren, du hast sofort Kaulitz 1 umbekommen, um dein Handgelenk. Dann bist du aber vielleicht sogar durcheinander gekommen, dass du gedacht hast, wie heißt der denn jetzt? Hast du gesagt, Tom? Und sie sagten, wunderbar, mach mal Kaulitz 1 dran. Ja. Na. Wieso ist das jetzt so? Also mein Urinstinkt war immer, dass ich Bill den Namen besser finde. Und ich glaube, dass ich vielleicht Bill bin. Es ist wirklich so, dass ihr als einziges Kennzeichen zu der Zeit eine unterschiedliche Mimik und Gestik schon hattet. Ich habe einmal beim Stillen euch, da habe ich einem die doppelte Zeit gegeben. Und ich denke, wieso ist denn der noch so unruhig? Siehst du? Vielleicht bist du auch der Erstgeborene. Und ich? Das kann sein. Jünger aussehen tue ich ja. Nur wegen dem Bart und dem Botox und der Augenbrauenstraffung und den Lippen aufspritzen. So. Oh. Genau. Oh. Oh. Boo. Untertitelung des ZDF, 2020